Jedoch haben die Bewohner der Welt oftmals keine Namen und sprechen sich gegenseitig mit ihrer Profession an. Manche stehen auf der Seite der Götter, andere fliehen vor dem Sand Rays in den Untergrund. Im kommenden Action-Rollenspiel Atlas Fallen gibt es auch abseits der Kämpfe gegen Monster aller Art einiges zu entdecken. Spieler und Spielerinnen erwarten neben schönen Landschaften mit atemberaubenden Aussichten jede Menge Artefakte, Schreine, Altäre und geheime Dungeons, die darauf warten, ausfindig gemacht zu werden. Dabei kannst du die einzigartige Fantasy-Welt voller Geheimnisse, Schauplätze, versunkener Relikte und Gefahren erkunden.